BAföG ist eigentlich eine gute Sache, aber mir kommt es so vor, als würden Sie das Geld eh nicht hergeben wollen. Ist doch so. Alleine der Antrag ist so eine ärgerliche Scheiße. Für meinen Antrag brauchte ich einen Nachweis, dass meine sechsjährige Schwester kein Nebeneinkommen hat. Hallo! Dann wollten Sie noch ein Horn eines Einhorns, die Unterschrift von Gandalf und ein Foto von mir mit Jesus. Und alle Unterlagen sind bis vorgestern abzugeben. Und das Beste ist ja, nachdem man sich dann die ganze Arbeit mit dem Kack-Antrag gemacht hat, bekommt man dann einen Scheißdreck. Weil Sie herausfinden, dass dein Cousin 17. Grades im Kongo eine eigene Wellblechhütte hat.